Herzlich Willkommen zu unserer 13. Mahnwache für den Friedner. So wie jeden Montag hier um 18 Uhr vor dem Schloss. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Das Wetter ist toll, auf ein paar Wielungen haben wir verzichtet. Ich glaube, den brauchen wir heute nicht. Und ansonsten ist in der letzten Woche einiges passiert bei uns, da werden wir euch gleich darüber berichten. Und weil wir wollen jetzt einen Schritt weiter gehen. Nicht mehr nur hier stehen, jeden Montag, sondern auch etwas tun, aktiv werden. Und dazu wird euch Rick gleich ein paar Worte sagen. Was mir noch am Herzen liegt, es ist jetzt die Nachricht rausgekommen, dass Polen ein Aufmarschgebiet wird für Zehntausende von NATO-Soldaten, von US-Soldaten. Und da wird auch eine Militärbasis angelegt. Da werden Vorrede gelagert, um einen schnellen Krieg führen zu können. Gegen wen sich diese richten wird, können wir uns alle denken. Und ich mache mir ganz große Sorgen. Und deswegen, ich bitte alle, auch die, die hier vorbeikommen, macht euch ein eigenes Bild. Glaubt nicht, was im Spiegel steht, in der Bild-Zeitung oder sonst irgendwas. Wie kann es sein, die eine Zeitung schreibt, nie wieder Judenhass. Und auf der anderen Seite kommt der Spiegel mit, stopp Putin jetzt und wird Russenhass verbreiten. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Egal ob Jude, Muslim, Christ, Israeli, Palästinenser, Syrier, Iraner, Russe, Deutsche, Däner, Amerikaner. Es sind alles Menschen. Und kein Mensch hat es verdient, in einem Krieg zu sterben. Und darum stehen wir heute hier oder sitzen hier. Für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Danke. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen von mir zu unserer 13. Mahnwache. Ich hatte eigentlich die Reihenfolge etwas anders geplant, aber ich möchte gleich hier anschließen. Ich mache mir auch sehr, sehr große Gedanken, sehr, sehr große Sorgen. Gerade wenn ich jetzt so die Medienblätter der letzten Tage sehe. Wenn ich sehe, dass wir demnächst nichts mehr gegen die Umtaten des Staates Israel, ich sage jetzt auch ganz bewusst, des Staates Israel, das ist jetzt nichts gegen Juden. Überhaupt nicht, denn wir haben hier nichts gegen Religion. Aber wenn ich dann sehe, nie wieder Judenhass. Und das wird so dermaßen aufgebauscht bei der Wildzeitung. Ich weiß nicht, ob ihr die Überschriften gesehen habt, die Wildzeitung vielleicht jetzt nicht in der Hand gehabt habt, aber doch, dieses Titelbild rasierte ja. Soll uns doch irgendwo die Stimme verboten werden, dass wir demnächst nichts mehr sagen dürfen. Und ich hatte jetzt eben auch noch mal mit zwei Veranstaltern ein Gespräch, die hier am Freitag und am Samstag, jeweils ab 15 Uhr, beziehungsweise 15.30 Uhr am Samstag hier für Palästina stehen und demonstrieren, dass die genauso das Problem haben, dass sie als Antisemiten halt verschrieben werden. Das heißt, eigentlich dürfen sie gar nicht gegen diesen Völkermord, der in Palästina passiert, dürfen sie nicht aufstehen, dürfen sie nicht sagen. Und die Frage ist, wie lange wir überhaupt noch hier stehen dürfen und überhaupt noch was sagen dürfen. Und die Frage ist auch, wie lange alles noch gut geht. Nicht nur, dass hier Basen in Polen aufgestellt werden, sondern dass also hier B-52-Bomber, die Amerikaner, hier in Europa stationiert werden. Und das hat es seit zig, zig, zig Jahren nicht mehr gegeben. Die Frage ist, warum wird es gemacht? Bestimmt nicht einfach nur, damit die Flugzeuge mal über den Atlantik fliegen. Also wir sollten uns da wirklich Gedanken machen. Und auch der neue Spiegel, ich glaube, er kommt erst morgen raus, aber Titelblatt dürfte vielen auch schon bekannt sein. Putin, äh, stoppt Putin jetzt. Ich frage mich, wo soll das Ganze hinführen? Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin auch der Meinung, Putin, ich will jetzt auch keine Lanze brechen für Putin, dass der jetzt ein besonders toller Typ ist oder dass er der Heilbringer ist oder irgendetwas. Überhaupt gar nicht. Aber er hält im Moment still. Und er hätte allen Grund gehabt, vor sein Volk einzutreten, militärisch einzugreifen, die Russenstämmigen in der Ostukraine dort zu beschützen. Aber er hat bis jetzt stillgehalten. Aber es wird immer weiter Kriegspropaganda betrieben gegen Russland. Und die Frage ist, wie lange Russland überhaupt da noch stillhalten kann. Und ich mache mir da ganz, ganz ernsthafte Gedanken, ich mache mir da ganz ernsthafte Sorgen, was passiert. Und das ist hier öfters auch schon mal gefallen, auch in den letzten Wochen. Denn wenn es knallt, dann knallt es hier bei uns. Denn die amerikanischen Atomwaffen lagern hier bei uns. Und wenn, dann werden die von hier abgeschickt. Und wo wird der Russe sich natürlich verteidigen? Er wird natürlich versuchen, hier die Basen zu treffen. Hier bei uns. Und dieser Krieg wird wieder mal nicht zwischen den Parteien ausgeführt werden. Der wird nicht in Amerika. Und der wird auch nicht in Russland ausgeführt. Sondern es wird hier, auf unserem Boden, wird es ausgeübt. Und wir werden die Betroffenen sein. Und deswegen kann ich nur alle bitten, die das hören, die sich mal Gedanken darüber machen, was ist in unserer Welt los. Dass sie sich einfach zu uns gesellen. Wir sind jeden Montag um 18 Uhr hier. Wir werden so lange montags um 18 Uhr hier sein, solange wir hier stehen können. Und wir werden alles Mögliche versuchen, die Menschen aufzuklären. Denn ich denke, das ist die einzige Möglichkeit. Umso mehr Menschen aufgeklärt sind, umso mehr Menschen wissen, was geht hier ab, umso eher können wir was tun, oder überhaupt etwas tun. Aber nur, wenn wir zusammenhalten. Aber wie soll es weitergehen? Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben einen ersten malenwachen Stammtisch gestern abgehalten. und ich weiß gar nicht, wie viele Personen waren wir. Wie viele? 14. 14 Personen waren wir. Und hatten also einen schönen Nachmittag und haben einfach auch mal geschaut, was können wir tun, wo soll der Weg lang gehen. Und wir wollen halt nicht nur hier stehen und demonstrieren, sondern wir wollen eben halt auch was für uns tun und einfach schauen, was wir machen können. Und daraus sind mehrere Arbeitsgruppen entstanden, an die sich jeder auch beteiligen kann. Sie sind also alle offen, sind alle frei und jeder hat die Möglichkeit, dort auch sich mit zu beteiligen. Eine Arbeitsgruppe, die wir beschlossen haben, ist also einmal Presse und Promotion. Das heißt, wie können wir an die Presse rangehen, um vielleicht auch mal positive Sachen über uns verbreiten zu lassen. Wie können wir an Menschen herantreten. Und hier ist ja auch in den letzten Wochen auch schon mal immer wieder gesprochen worden vom morfogenen Feld. Und nur mal zwei Beispiele, was so passiert, wenn man sich mit Sachen beschäftigt. Das eine ist unser Jan Hendrik, der war ja auch mit in Berlin, am 19. Und der ist ja ein paar Tage hergefahren und war dann an dem Montag leider nicht hier zum Videofilmen. Und ja, schon meldet sich ein Alexander hier aus unserer Gruppe und sagte, na, ich kann doch filmen. Also es war sofort ein Ersatz da. Wir haben uns gestern mit der Thematik beschäftigt, wie können wir an die Presse herantreten. Heute kommt jemand, ein Reporter von Radio Ockerwelle. nicht der größte Sender, aber zumindest hier für unsere Region doch ein Sender. Und der auch sagt, er wird hier neutral drüber berichten. Wir haben Interviews gegeben und ich bin da ganz gespannt, was dabei rauskommt. Also wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, dann passiert auch etwas. Wir müssen nur anfangen, etwas zu tun. Und das sind, wie gesagt, schon mal hier die Arbeitsgruppen. Eine weitere Arbeitsgruppe ist Bewusstsein und Mentaltraining. Also wer genau sich mit diesen Themen einfach mal auseinandersetzen möchte. Also vielleicht mal ganz kurz zu den Treffen. Also Presse und Promotion, wer da Interesse hat, da treffen wir uns am Sonntag, den 3.8. um 16 Uhr bei Michael im Garten. Ich hoffe, das Wetter ist wunderschön. Dann können wir uns auch wirklich draußen hinsetzen, aber ansonsten ist auch dafür gesorgt. Bewusstsein, Mentaltraining werden wir am Freitag, den 15.8. das ist bei Jasmin. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe Ernährung, Selbstversorgung, Notversorgung, weil wir uns einfach auch mal mit den Themen auseinandersetzen wollen, wenn hier was passiert, was können wir tun. Das ist am Samstag, den 2.8. Das ist bei Patricia und bei mir. Dann haben wir noch mal eine Arbeitsgruppe Umwelt und Klima. Das ist am Montag, am Ruhigewoche am Montag. Bei Micah. Und dann noch mal eine Arbeitsgruppe Wirtschaft und Geldsystem. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die treffen sich im Anschluss an die Mahnwache und verabreden sich, wo sie hingehen, um da mal den ersten Austausch zu machen. Wie gesagt, die Gruppen sind offen. Das hat ihr zunächst verpflichtet. Wer da Interesse an der einen oder anderen Gruppe hat, einfach nachher mal zu uns kommt und wir helfen euch da weiter, an den ihr euch wenden könnt. Und den nächsten Stammtisch wollen wir in ca. 4 Wochen wieder machen. Termin haben wir noch nicht genau festgelegt. Da wäre auch mal interessant, da werden wir auch in unserer Facebook-Gruppe eine kleine Umfrage reinstellen, ob ihr lieber samstags euch treffen möchtet oder wir uns treffen wollen oder sonntags. Das steht dann auch offen. Klar werden wir nicht jedem gerecht werden können, aber dass wir einfach die überwiegende Mehrheit hier respektieren und dann einen kränischen Stammtisch wieder machen. Einfach mal schauen, was ist bei dem Arbeitsbuch rausgekommen und neue Ideen sammeln für die Zukunft.